9.228 Dollar, das ist unser Handelsergebnis im Rohstoff und Future-Handel nach CUT-Daten in Handelswoche 37. Wie man an unserer Statistik erkennt, hatten wir letzte drei Wochen keine Trades. Es gab einfach keine Trading-Möglichkeiten und wir müssten uns gedulden und auf gute Setups warten. Wer unser Handelsergebnis letzte Woche angeschaut hat, der weiß, dass wir eine gute Trading-Gelegenheit im Zucker hatten. Wir haben die Position geöffnet. Die lief bis zum Ende der Handelswoche 36 ganz gut im Plus. Das heißt, wir haben die Handelswoche 37 begonnen mit einem Portfolio, welches gut im Buchgewinn war. Es handelte sich um den Trade im Zucker. Unser Verkaufssignal haben wir von dem Wochenchart abgeleitet. Wir suchen auf dem Wochenchart unsere Signale, indem wir die CUT-Daten auswerten, Seasonal Trend und leiten so unsere Signale ab. Als nächstes gehen wir auf den Tageschart und warten dort auf das richtige Timing und das Einstiegsparton. Dieser Einstiegsparton ist aufgetreten. Wir wurden getriggert und es ging sofort in unsere Richtung. Am Dienstag war unser erstes Kursziel erreicht. Wir haben Teilgewinn über 6.000 Dollar realisiert, haben unser Stopp enger gesetzt und wurden am folgenden Tag mit einem Gewinn ausgestoppt. Insgesamt haben wir mit diesem Trade 9.228 Dollar verdient. Dasselben Trade haben wir auch auf dem Kleinkonto gemacht. Zur Erinnerung, wir handeln Kleinkonto, um die Trader aus unserer Trading-Gruppe zu unterstützen, die ebenfalls mit Kleinkonten handeln, indem wir aufzeigen, wie wir unser kleines Konto handeln. Aufgrund des geringen Kapitals auf dem Kleinkonto konnten wir hier nur einen einzigen Kontrakt handeln und müssten unsere Gewinne beim ersten Kursziel realisieren. Der Gewinn beläuft sich auf 750 Dollar. Damit haben wir auf dem Kleinkonto einen Allzeithoch erreicht. Es ist etwas schwierig, ein Kleinkonto zu handeln, weil wenn man auf die Statistik schaut, dann sieht man, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Wochen keine Trades hatten. Es gab einfach keine Trading-Möglichkeiten, die für das Kleinkonto vom Risiko her passen. Aus diesem Grund müssten wir uns hier sehr, sehr gedulden und auf das richtige Setup warten mit dem passenden Risiko. Und diese kam dann im Zucker und brachte uns letztendlich 750 Dollar Gewinn und hob das Konto auf Allzeithoch. Das war unser Trade im Zucker. Darüber hinaus haben wir keine Trades gemacht. Schauen wir uns wie immer zum Schluss CEB-Index an. Wir sehen, dass CEB-Index steigt. Zwar ist er an einen Widerstand angekommen, aber die Korrektur sehen wir noch nicht wirklich. Wobei die COT-Daten zeigen darauf, dass hier bald eine Korrektur entstehen sollte. Wir bleiben hier an der Seitenlinie, beobachten die Märkte und sollte hier eine Korrektur entstehen, sind wir mit unserer COT-Strategie bestens darauf vorbereitet. Die Woche schließen wir mit einem leeren Portfolio. Wir starten in die nächste Handelswoche mit einem vollen Risikokapital und freuen uns auf die kommenden Trading-Gelegenheiten. Das war es von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen viele gute Trades und achtet auf die Risiken. Das Risikomanagement ist der Schlüssel zum Erfolg im Trading. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Handelsergebnis, wie immer am nächsten Sonntag. Das Risikomanagement ist der Schlüssel.